Er ist ein überragender Spieler, das zeigt er nicht nur jeden Tag im Training, sondern auch in den Spielen, gerade in den letzten, mit seinem wunderschönen Tor, das er auch gemacht hat. Ich würde es ihm natürlich riesig gönnen, ich weiß wie das ist, mal den Adel auf der Brust zu tragen, ist ein unfassbares Erlebnis und verdient hat er sich das auf jeden Fall. Das wäre für mich ein Traum, ich glaube als Kind schon immer Olympia verfolgt und geschaut und es wäre einfach ein Traum dabei zu sein. Ich weiß natürlich, dass viele auf der Liste stehen, dass auch nur drei Ältere mitfahren dürfen, aber so kleine Hoffnungen macht man sich dann doch. Und wie gesagt, vielleicht geht so ein Traum auch mal in Erfüllung. Ich selber habe das letzte Mal miterlebt, das ist glaube ich für den ganzen Verein, für uns Spieler und auch für die Fans einfach eine tolle Sache. So Spiele zu haben, den Champions League in großen Namen zu spielen und das wäre schon eine riesige Sache, wenn wir das erreichen könnten.